Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Skywars. Ich bin bestimmt gleich wieder am Verlieren, aber egal. Ey, geh runter. Geh doch. So. Hm, Mist. Zubauen klappt diesmal gar nicht. Okay. Goldschuhe, Goldrosuhe, Eisenhelm, oh, Bierhelm. Viel besser. Oh, die Stiefel. Aber ich keine Hose. Hm. Äh? Okay. Ach, stimmt ja. Ich bin ja einer. Das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ah. Scheiße. Mensch, warum sind die immer so schnell fertig? Das kann doch nicht wahr sein. Ah, Klapp Klapp drinne. So. Ups. Wie kann man immer nur so schnell fertig sein? Die Sheeten doch alle. Oh, die haben alle schon so ein Startkit. Und gut ist, was ich ja nicht habe. Das finde ich in einer Sache auch ein bisschen unfair. Das wenn man hier was reißen möchte, oder schneller was reißen möchte, dass man sich so ein Startkit kaufen kann. Wo du gleich mit dir Sachen anfängst. Wie mit den Tankkit. Wo ist die Giste, da ist er? Mitnehmen. Okay. Okay. Eine Ender-Pel habe ich. Cool. Die Kiste. Komm mitnehmen. Okay. Eisen. Goldstiefel. Okay, 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 okay. Da war eine Hose. Hä? Das mache ich mir. Falsche Knippel gedrückt. Ich werde es runterschmeißen hier. Was ich nicht brauche. Ich höre ein, der baut sich zu mir rüber. Okay. Da war kein Feuer drin. Ah. Ich wollte gerade die Ender-Perle holen und dann werfen. Na ja. Komm her, noch eine Runde. Da es gerade so viel Spaß macht. Da ist ein 8er. Nicht langsam. Nee, 12er. Tjo. Auf ein neues. Okay. Oh, das geht auch. Oh, wo bin ich denn hier? Ach, hier war ich schon mal. In irgendeinem anderen Video. Was kann man denn noch hier schönes entdecken? Oh, die Eiswelt. Und so. Eiderne Hose. Schutzt 2. Schutzt 2. Schutzt 1. Schutzt 1. Kett im Stiefel. Ach, was. Und so. Ach. Freu nicht. Freu nicht, freu nicht, freu nicht, freu nicht, freu nicht. Versorg' nicht. Kein Holz. hey das sind heute richtig schnell rum ich glaube ich werde immer schneller im verlieren wo ich eigentlich denke dass ich teilweise ein bisschen schneller in spiel ja genauso irgendwie irgendwie ist das irgendwie ich glaube ich brauche jemanden der mit mir zusammen müht da ist einer TNT so Oh eine Diaspitzhackel ich sollte mich wahrscheinlich erstmal ausrüsten war mehr wie nicht dafür ja Diaspitzhackel noch mehr Dias das war es hey Dias mehr da da wo ist sie ich höre doch hier was steinschwert 625 625 der ist besser das brauche ich nicht so ich es jetzt habe ich sie abgefackelt Ich tröckel! Loll! Müsste nicht gleich das ganze Haus abfackeln? Denk schlafen! Ich schlafen die Kaffee nicht mehr. Und jetzt? Ich schlafen die Kaffee nicht vor. Da! Die Kaffee nicht mehr die Kaffee nicht mehr. Ich schlafen die Kaffee nicht mehr. Die Kaffee nicht mehr! Ähm, so. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte mal was herstellen. So. Nein. Hier ist es schwer vielleicht. Ups. Und. Da ich dann Partierstieke. Und. 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 Das war's. Das ist einer von denen gestorben wenigstens. Jo, es ist einer gestorben. Jo, es ist einer gestorben. Okay, das war jetzt die letzte Runde. Ich hoffe euch hat die gefallen. Die letzte Runde fiel mir am besten. So sehe ich aus. Der Army-Doc. Okay, ich hoffe euch hat es gefallen und ich freue mich wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.